Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Mit diesem Vers aus Psalm 23, Vers 6, heiße ich euch, liebe Gottesdienstbesucher, recht herzlich willkommen. Auch Prediger Patrick Fröse aus der Schöntal-Mennoniken-Gemeinde, recht herzlich willkommen. Auch Zuschauer, die ihr dabei seid, wir begrüßen auch euch ganz herzlich. Wir freuen uns, dass ihr heute auch dabei seid. Gäste wurden mir keine gemeldet, aber falls welche da sind, alle recht herzlich willkommen. Wir singen als erstes ein Lied als Versammlung. Komm, jetzt ist die Zeit, Nummer 17. Gäste ist die Zeit, Nummer 17. Komm, jetzt ist die Zeit in deinem Bett. Komm, so wie du bist, du bitte mal. Komm, so wie du bist, du deinem Gott. Komm, so wie du bist, du deinem Gott. Jede Zunge wird nicht verpellend in uns vor. Jede wird sich freuen von dir. Auch der letzte Schaden kann nie verstehen. Jede Zunge wird nicht verpellend in uns vor. Jesus wird sich beenden, das Gott, jeder wird sich rein von mir. Gott, der ist ein Stichwort, der Liebe steht, die er schon mit dir gebt. Gott, der ist ein Stichwort, der Liebe steht, die er schon mit dir gebt. Gott, der ist ein Stichwort, der Liebe steht, die er schon mit dir gebt. Als nächstes folgen einige Bekanntmachungen. Als erstes Prediger und Gemeindeleiter Amandus Reimer wird von heute Nachmittag bis Freitagabend zwecks eines Sommerkurses beim Semter sein. Und deshalb bittet man, dass man sich doch am Vize-Gemeindeleiter Alfred Wiebe oder auch am Prediger Richard Funk, Leitungsteammitglied, wendet, falls irgendwelche Fragen sind. Als nächstes haben wir noch zwei Anteilnahmen, die wir weitergeben möchten. Erstens, wir sprechen unsere herzliche Anteilnahme an Witwe Maria Bartel aus, Ihr Schwager Adolf Bartel verstarb in der letzten Woche. Und zweitens, weiter gilt unsere Anteilnahme, Witwer Abraham Hiebert. Seine Schwägerin Susanna Hiebert, Mann Johann, ist auch in der letzten Woche verstorben. Alle Betroffenen wünschen wir Gottes Trost und Nähe im Abschiedsschmerz. Als nächstes wollen wir wieder als Versammlung ein Versammlungslied singen, ein Gruppenlied hören und währenddessen die Kollekte sammeln, die heute spezifisch für unsere Missionsprojekte geht. Wir haben heute den 9. Januar 2022. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 99 in der Stelle angekommen singen. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Lass uns doch alle zusammen das Lied Nummer 1. Angekommen, wer dich ruhigst umgehebt, große Worte sind glücklich, denn Gott weiß, ja, Christi hebt. Angekommen, wer dich ruhigst umgehebt, Zeit für Gott verbringen, die Werden auf den Augen zählen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit für Gott verbringen, die Werden seinen Augen zählen. In der Stille angekommen, lege ich meine Maske nah, und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf ihm herzen kann. Danken und loben, wenden und flehen, Zeit für Gott verbringen, die Werden auf den Augen zählen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit für Gott verbringen, die Werden seinen Augen zählen. In der Stille angekommen, strah ich meine Angst heraus. Lass dich ruhigst umgehebt, was dich ruhigst umgehebt, was dich ruhigst umgehebt, die Werden auf den Augen zählen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit für Gott verbringen, die Werden auf den Augen zählen, reden, hören, hören, fragen, verstehen. Zeit für Gott verbringen, die Werden auf den Augen zählen. Zeit für Gott verbringen, die Werden auf den Augen zählen. Nichts nicht mehr. Es geht um, der Werden auf den Augen zählen. Es geht um, der Werden auf den Augen zählen. O God is greater, O God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, our sin and power, our God, our God. O God is greater, 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 O God is Gott, du bist Größer, Gott, du bist Stärke, Gott, du schließt her aus Wunder, ist Wunder, Gott, unser Weile, starker wie Freie, so bist nur du. Du schiedst uns Gott zur Seite, das kann uns jemals händeln, und schiedst uns Gott zur Seite, wir können uns widerstehen. Du schiedst uns Gott zur Seite, das kann uns jemals händeln, und schiedst uns Gott zur Seite, wir können uns widerstehen. Wir können uns widerstehen. Gott, du bist Größer, Gott, du bist Stärke, Gott, du schließt her aus Wunder, Gott, unser Weile, starker wie Freie, so bist nur du. Wir beten. Vater, wir sagen dir einfach Dank für diesen wunderschönen Tag. Wir sagen dir Dank, dass wir zusammenkommen können, um dich zu loben, zu preisen. Dank für unseren Nächsten, der neben uns sitzt. Dank für das ruhige Leben, das wir genießen dürfen. Dank für all den Segen, den wir stets erfahren können. Wir sagen dir auch Dank, Herr, für das eingelegte Geld. Mögest du unsere Missionsprojekte segnen, mögest du die Empfänger segnen, aber auch den Geber, Herr. Wir bitten dich für Menschen, auch die jetzt durch Dürre oder dunkle Tiller gehen müssen, die krank sind, Unfälle erleben, sich Sorgen machen, die anderen Menschen und Beziehungen verloren haben, die mit sich und anderen oder ihren Lebensumständen nicht richtig zurechtkommen, Herr. Wir beten aber auch ganz besonders jetzt für Prediger Fröse, Herr, dass du durch ihn zu uns reden mögest. Schenke ihm innere Ruhe und Gelassenheit, dass er das Wort so überbringen kann, wie du es für uns vorgesehen hast. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Als Einleitungstext möchte ich einen Text aus Psalm 84, die Verse 5 bis 11 lesen, welches ein Lied der Korachiter ist. Es geht heute um das Thema bei Gott zu Hause sein. Und auch die Korachiter war dieses wichtig und haben ein Lied darüber geschrieben. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hütten in meines Gotteshauses als wohnen in den Zelten der Freibler. Voll Glück ist jeder, dem du Heimatrecht in deinem Hause gibst, der dich dort für immer loben. Ein einziger Tag im Vorhof deines Tempels ist besser und auch schöner als tausend andere fern von dir. Ich will doch lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als nah bei solchen Menschen wohnen, die dich, Herr, missachten. Soweit die Verse 5 bis 11 aus Psalm 84. Ich habe kurz einen Ausschnitt gefunden von Stefan Zeibig, der kurz einmal über bei Gott zu Hause sein schreibt. Manchmal sehr selten ich komme in das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und dann gehe ich zu Bekannten und Freunden. Ich gehe zu dem Haus, in dem wir wohnten und an bestimmte Stellen, wo ich als Kind auch war, es ist nicht leicht zu beschreiben, wie ich mich dabei fühle. An Stellen zu sein, die für mich so etwas wie Heimat bedeuten oder wo ein ganzer Teil meiner frühen Wurzeln liegen. Auf dem Friedhof schaue ich mir die Namen auf den Grabsteinen an, versuche mich zu erinnern, wen ich davon kenne. Und wenn möglich, gehe ich auch in die Kirche und setze mich still hinein, Erinnerungen kommen hoch. Ja, dort habe ich so manches erlebt, aufgenommen und auch selber getan. Da war ich einmal zu Hause. Jetzt nicht mehr. Aber es geht gut und tut gut, einmal wieder dort zu sein, das bedeutet mir einiges. Auch schreibt er, und das geht auch anderen so, die hier unsere Kirche besuchen, vielleicht nach langer Zeit einmal wieder. Und so fährt er fort, von der persönlichen Sicht, wie er sich fühlt, zu Hause sein. Prediger Patrick Fröse wird als Grundtext den Vers nehmen, den ich zur Einleitung oder zur Begrüßung gelesen habe, nämlich Psalm 23, Vers 6. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten, mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ich bitte der Prediger Fröse, dass er jetzt mit seiner Predigt vorfällt. Geht ihr, Marius? Sieht einmal euer hier was, aber das ist so viele Jure-Tree. Das ist Kurt Verstahler, mein Name ist Patrick Fröse, das ist die Schöntel-Gemände. Meine Eltern sind David Mathilde Fröse, das ist eines hier vielleicht bekannt. Sie haben ein Junge Gotois befriedet, ein paar Jungen, können von der auch nicht hier sein, dass ich jetzt hier allein gekommen bin. Und meine Leute, können Sie sich da noch während dem Tee reden und reden. Das ist mir schon so, dass ich noch eine gute Sache sage. Bei Gott zu Hause sein, das habe ich mir ein Thema gesagt, von der auch. Du bist ein Prediger, ein Gemeindeläter von einer kleinen Darbsturk in England. Und heute sagt sich ein Büro ab. Das Büro, der wir durch verschiedene Sachen gewohnt, weil es ziemlich viel Eugler gehört. All diese Sachen, was er erlebt hat, diese negative Sachen, dann bin ich vom Gottesdienst aufgekommen. Er kommt nicht mehr an die Deutsch, er will nicht mehr von Gott heute. Und das ist ein Büro, den besorgt der Gemeindeläter dann. Als er dann war dem Temp, der Büro, der riecht an den Hohen und sagt, er soll nachkommen. Er sagt, du bist toll, er sagt, ich fahre am Kamin durch. Und bei Sattel, du bist schnell, keiner sagt Gott, ich fahre. Er stellt sich die Sattel, er nimmt die Gemeindeläter an die Tarn und bietet Halt, dem vier, der brannt noch, er hat die Hand der fahre am Kamin sich, dem wir schon es erst sehen, und wird gemütet, leichter bietet Halt, den auch. Er betitelt sich dort, der brannt noch ein Barsch, geht öt, fängt an der Regere, hängt ab mit der Regere, fängt an auf dich heulen. Sie sagt, er betätet sich dort, aber er hat sich einen Rücken, stellt ab, regt dem Gemeindeleiter die Hand und sagt, Prediger, er hat die Botschaft verstanden, was nicht im Vier ist, das wird nicht geflohen, sondern das wird kalt. Ohne wird das Gemeindeleiter dem Gemeindeleiter der Gemeindeleiter bringen, dass die Wahrheit im Gottesdienst kommen. Was ist für uns unser Wohnstil, unser Haus, unser Heimat, was ist das für uns? Wer soll mal verreißen, hilft mir die Hand, wer soll mal verreißen? Einige Leute, die ihr auszumiert habt. Entweder in den Oedland oder in den Ascensionen. Eines, wo sie sind, wollen alle mal eines, wo sie reißen. Wenn wir dann unsere Leute von Schalko hier in den Wald fahren und dann vielleicht mal in den Weg, in einen Restaurant, in die Jete, dann kommen wir in den Hüssen, dann freiwillig und so weiter ins Haus, ins Bad, ins Rehe, wo wir uns selbst reißen können. So jetzt anstatt, wenn wir in den Hüssen kommen. Dort fällt sich Geld an. Ob so ein Mann da geht, wenn man Leichtfahrt und Ausflug merkt. Und wenn wir in den Hüssen haben, das ist immer ein anderes Gefolge. Ich sage immer, wenn ich einst, woanders wäre, kann ich wieder tüßig merken. Wenn ich in den Hüssen komme, in den Schalko dort steht, wenn man seine Courage steht. Wenn ich in den Hüssen komme, wenn ich in den Hüssen merke, dort steht, wenn ich durchtüßig sehe. Wenn ich in den Schalko halben Tag hier sehe, dann sehe ich, dass das Hüssen ist. Was bedeutet uns an das Hüssen, wo wir wohnen? Erst am besten da, was uns im Rehen vom Kopf hält, wo wir wohnen? Wenn man eine viel Arbeit in den Hüssen neu gestoppt hat, wenn man dort gewohnt hat, dann ist man in den Gewissen sein und das Gebiet gebunden hat. Wenn man so viele Erinnerungen und Erfahrungen durchgemerkt hat. Und wenn man auch nicht vielleicht selbst und das Gebiet gebunden hat, dass man durchgemerkt hat, dass man durchgemerkt hat, dass man durchgemerkt hat. Man hat ein Heimgefühl nur. Nur, als der steht, wo man sagt, hier sehe ich mich beschätzt. Hier kann ich immer kommen. Wenn ich nicht, was passiert, kann ich nach Hause kommen. Das ist das Gefolge, wenn man in den Hüssen kommt. Wenn jemand sagt, was passiert, dann weiß ich, was das ist. Wenn man einen Hüssen kommt, dann weiß ich, dass zwei Hüssen auf den Hüssen kommt und erinnert man. Dann weiß ich, dass man das Geräusch bekommt. Das Geräusch trägt ein Hund, dass der andere Hüssen kommt. Das hilft auch immer. Aber wie weiß ich das? Das ist an das Heim. Das ist wie das, was passiert. Wenn man danach sagt, was ist das Geräusch, dann weiß ich, dann weiß ich, okay, das ist dort und dort. Ich brauche dich nicht für Angst zu haben. Wie kann man die Beschützten, Sachen füllen? Wann die noch Tänja hat. Die Tänja hat die Tänja sich frei in der Hüssen kommt. Sie kann das beschätzte Heim, was wir haben. Und wir sind Leute sehr gesehen, dass wir hier in dieser Gesellschaft leben. Die Tänja auch sehr beschätzt ist. Und aus Tänja kann man immer eine Hüssen kommen, in das Heim gefühlt haben. Das ist Sache, diese Geborgenheit. Das kann man erleben. David, der wie ein Mond, der König David, wie Ola in seiner Geschichte, der wie ein Mond, der viel rumgeräßt, von seiner Täntheit an. Aus Tän, dann hat er nicht unbedingt die Hüssen, wo er immer schleubt. Da hat er mit seinen Herd schubt, mit seinen Paar seiner Herd schubt hinweg. Werd, seht ihr, Wut, seht ihr. Verkült, was er immer steht, und hat nachgeblieben. So hat er so viel von Täntheit an, doch er nicht tüsst. Lothar, als er den Goliath dort gehielt hat, dann kommt er im Königspalast an. Dann kommt diese Verstrahlung. Heute, wo du am Fleck abgeworfen hast, dann wird das nicht reingungsmöglich geworfen, wenn du in dem Königspalast wohnst. Heute hat er ein Tipp, wo du wohnst, als er da einen Verruf, wie Saul, dass er einmal dort merkt, da muss er anfangen, auf eine Flucht, in eine Höhle, auf einen Beu, wenn sie eine Mahnertipp oder ein Zelt haben. Jetzt schauen wir, dass die Pferde, wo er viel im Himmel geschlüpft hat, wenn es viel, ob er Flucht oder in Yahweh ist. So hat er kein Hös, kein Heim, was er kann sein, hier ist wie ein Gebäude, hier ist wie ein Sacha. Das ist, was er steht, wo er an die Höhle kommt, wo er aber auch Sachen ist. Was er dann, um sich Sacha und Gebäude zu verfolgen? Wir lesen im Psalm 7, von der Verschfeuer. Ich hatte eine einzige Bette an dem Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Hause des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Wenn wir einen Wunsch frei haben, würden wir uns da wünschen, alle die von uns leben, im Haus des Herrn zusammen. Das wäre der Wunsch von David heute. Er will im Hause des Herrn sein. Aber er ist sicher. Dort wird er am Tag der Wunsch von wo er ihr bäriert wird. Wie er sagt, David wird alle Tage sein im Tempel gegangen, er hat eine Synagoge, der Stöpste, was er dann heute hat. Er wird alle Tage sein, um Gott anzutreten. Er wird von der ersten Tag in unsere Kirche. Alle Tage in unsere Kirche kommen zum anbeten. Ich glaube nicht, dass das das gemeint ist. Als David aber flucht wird, was er nicht an die Freiheit gehabt in der Synagoge. Er hat nur die Stöpste gewohnt. Er hat nur die Stöpste gewohnt. Er erfährt auch, dass er seine Schub heute hat. Ich glaube nicht, dass er alle Tage in der Kirche gewohnt. Das ist wie er von der ersten Tag hat. Er sagt, dass David seinen Wunsch am Hause des Herrn zu sein. Alle die Leute. Das ist nicht unbedingt, dass er in einem Gebiet sein will, was er von einem Menschenhund gemerkt ist. Er will nicht unbedingt in einer Kirche wohnen. Das wird nicht seinen Wunsch. Sein Wunsch wird, dass er diese Gemeinschaft, diese Geborgenheit, diese Sache hat, was man in der Kirche wohnen hat, was er an einem Herrn nennen hat. Diese Geborgenheit. Die wollen er wie Gott erleben. Alle die Tage von ihm leben. David hat viele Leute an den Psalmen geschrieben, wo er immer das zum Ausdruck bringt. Er sagt, dass er in dem in der Kirche hat. Aber er hat viele Abenteuer erlebt. Und durch all das er bleibt und er kennt Gott. Er bleibt Gott sich erkennt. Wenn jemand in eine neue Situation kommt, in eine Furchtsituation kommt, wo er sagt, hier habe ich Angst, hier kann ich eine Sache nicht selbst sein. Dann ist er nicht Gott. Er sagt, er sagt, kann ich dich hier vertrauen? Willst du mir wiederholfen? Ich will dich mit dir bleiben. und ich will, dass du meine Sache hättest. Er will wie Gott wohnen. Er will nicht nur in einem Park, wo er einen an dem Markt trägt. Er will nicht jahrelang sein, wo er sich nicht füllen kann. Er will wohnen, so wie bei uns Tüß wohnen. Wenn wir dann in einem Hotel wohnen, dann füllen sich nicht so wie du hier hast. Aber wir füllen uns nicht füllen. Das ist nicht wie du hier hast. David will nicht das ihn zu verressen, dass er wie Gott einmal trägt, wie er steht. Er will wie Gott wohnen, dass er das Heimgefühl, diese Geborgenheit, das will er wie Gott erleben. Wie geht kennt jede Menschen, die beginnt in ihrem Tag wohnen? Jene Früh, Mähen, Kenja? Wie geht kennt jede? Bestimmt, wenn ihr kennt jene Früh und Mähen, wenn eins, was leist ist, wo ihr bestimmt auch am sich mal nachhören, eins, was Sachen sind, wenn ihr dort und dort seid, dann wird dort und dort passieren. Wenn ich das, dann wird dort und dort passieren. Das ist eine Sache, die liebe ich gerne mit dir. Wir sind ein Tag und wir lehren uns einander, bitte gerne. Die reden miteinander, wenn da mal Probleme sind. Die reden miteinander. Wenn ein Problem ist im Haus, was passiert, da wird einer an. Die dreht sich mit einem, vielleicht wollte ich nicht ganz, wie er war das, weil die Leute, die haftet mit was vor, wenn sie dem schreien. Die sind nicht einmal im Dach, sondern im Dach. Die reden mit dem, die Leute, wenn sie schreien, und die Leute, wenn sie schreien, wenn sie schreien. Die Person, die in unserem Dach wohnen, die kennen die die Baste. Wenn die Kinder haben, dann wollen sie ihre Routine erst. Was das kennt, wenn sie auf der seine Schelle, wenn sie auf der seine Unterricht, was das findet aus uns, dann wollen sie die Kinder haben. Das ist ein Zusammenschluss, wo du in der Hüste gehst. Da gibt es die Personen, die in unserem Dach. Wenn sie dort sind, andere Personen sind dort dort. Das ist die Gemeinschaft, die man in unserem Dach hat. Dort ist, was David mit Gott hat. Er will wie Gott wohnen, und dort selbst die Hüste wo Gott ist. Du willst hier wohnen. Und er will Gott lernen lernen. Gott soll auch lernen lernen. Und wenn du dein einziges Problem hast, dann will Gott nicht lernen. in der Hüste kommen und die Präbiere klären. Das sagt, weil David mit seinen Problemen auch in seinem Vordergrund. Er will nicht wohnen. Er will nicht hier in den Zeltabstall fahren, hier mit Rotzahn spreuen, hier schlucken. Er will diese tägliche Gemeinschaft mit Gott haben. Ein Präbiere, der hat eine Ratsuchende, eine Früh, wo er nicht klarkommt, hat ein Problem, was er hat. Er sagt, sie ruft wie einen anderen Präbiere. Er sagt, 14 Jahre hat er immer gebeten. Alle Dage bete ich. Er redet zu Gott. 14 Jahre hat er alles getan. Und mir spät sich das noch einmal nicht so, als wenn Gott seine Gegenwart ist. Wenn ich ihn bete, dann spät sich alles, als wenn ich hier in den Benenreden kann. Dann hör ich her. Das ist das Gefallen, was ich habe. Was ist das Problem? Wieso mich nicht hör? Wieso freut ich nicht, dass er seine Gegenwart ist? Das ist das heute. Dann hat er Gott die Heiligkeit gebeten, was er zu sagen? fragt die Präbiere. Nein, ich dachte, ich bin, dass ich reden würde. Ich bin, dass ich alles reden würde. Nein, sagt die Präbiere. Ich dachte, dass er eine Zaja weggelegt hat, dass wir auch mal zetten und Gott tegarten würden. Wenn wir beten, dann sagen wir dass wir mit Gott reden würden. Wir einfach zetten und Gott tegarten. Präbiere dort mal, was dort geschaffen wird. Dann stellte die Präbiere und fragte die Präbiere und fragte die Präbiere, wer schafft das? Hast du das geschaffen? Hast du das gepräftet? Ich sagte, alle Tag, 15 Minuten, habe ich keine Bibel bei mir, habe ich das noch später gelöst, habe ich sehr blöd und habe es hier. Das war so. Ich wusste nicht, was dort ist, aber das sind die vollen Worte mitgekommen, als wenn Gott hier ganz bei mir ist. Ich wusste nicht, weil ich seine Stämme hier sperre ich doch seine Gegenwart, was heute mir antwortet. Das heute ganz bei mir ist. Wir reden viel, wir beten viel, aber wir nehmen uns nicht die Zeit nur zu denken und zu sprechen. Das ist kein wichtiges als dort, was wir beten. Wenn wir in dem Wort Gottes lesen, hier wird Gott hören. Wir können seine Wut direkt in der Bibel schaffen. Wir können zu Gott reden. aber auch diese Präsenz der Visatikerne einfach dort abnehmen, das ist, glaube ich, ganz so wichtig, aus dem Ewigen. Wenn wir unsere Strömung heute betätigen, das Gebiet, das ist ein Seierschmackes Gebiet, Lichter, Eier, und Lautes, die komplette Einrichtung, das ist. Wenn wir das damit betätigen, dann ist das immer noch ein deutliches Gebiet. Das ist eine Sache, was von Menschen haben gemerkt ist. Und das wurde eigentlich dann vergangen, wenn er nur mit vier Kuhmemorien das Gebiet, das wird wahr sein, und er wird das rasch abgebildet. So. Und so eine Sache ist das, hier ist Gott. Wenn es Gott ist, alle will. Gott ist, auch in diese Sache. Apostelgeschichte 17, Vers 24, finde ich. Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wenn wir Gott, alle beschränken, ab diesem Ruhm, dann merken wir unseren riesig, geräten Gott, merken wir sehr klein, dass er blöse in diesem Ruhm dann passt. Ich versuche, wir prüfen, am Sonntag einen Gott zu haben. Und am Alltag, was immer wir am Alltag denken, der Gott nicht haben würde. Gott hat die Welt gemerkt, er hält den in seine Hände, er hat die Erde aus dem Feld stehen, sehr geräte Gott. Und wir prüfen, wir haben, das klingt, er merkt, dass er hier blöse, dass er heute nicht anpassen soll. Wir haben das beschränkt. Er wohnt nicht bloß in Tempeln, die von Menschen gemerkt sind, sondern er wohnt in jedem von uns, die der Gläubige sind. David sagt immer, dass er die Gemeinschaft mit Gott ist. Nicht bloß unbedingt, dass er diese Gemeinschaft sagt, in einem Gebiet, das ist das, was er da ist, sondern er sagt, es ist eine lebende Gemeinschaft mit Gott. Das, wo Roberto in Psalm 23 saß, mein Platz im Hause des Herrn, dorthin werde ich zurückkehren, mein Leben lang. Dorthin werde ich zurückkehren, sage ich hier. Ich frage mich, warum ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Die Bibel sagt uns, David wie ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn David sein Leben betätigt hat, heute wird ein Sünder, kreizt es dir nicht. Heute sind viele schlechte Sachen. Heute sind sogar extrem, wir haben die Sünder, aber so für uns in der Kategorie. Für Gott sind die Sünder glücklich. Wir haben die Sünder, aber so in der Kategorie. und ich sage, das ist du und das ist da, das ist Schlammer aus der Kategorie. Und ich sage, David wie ein Schlammer sind. Heute hat Ehebruch begonnen. Heute hat Mord begonnen. Und wenn wir seine Familie betätigen, heute hat einer trockenen Kenia. Die Rebellion, die in einem selbst in Leben bedeutet, und die in einem selbst in der Kategorie bedeutet. Warum sind wir ein Mann nach dem Herzen Gottes? David, und heute hat er immer Sünder, und heute hat er auch eine menschliche Lebe für ihn gesagt. Heute sind wir nicht gestalt, wenn die anderen abhören, wie sie sagen, du hast dich gesündigt, du hast dich das falsche getan. Heute sind wir nicht gestalt, dann vor Gott zu kommen und klingen zu sein, dass die Leute an Gott verzehren zu werden. Die Bevölkerung, wenn wir etwas gesündigt haben oder wenn wir etwas gesündigt haben, wenn wir etwas gesündigt haben, haben wir uns gesündigt, in die Hand gehen, und wir sagen, hier habe ich mich verscheuert. Das sagt mir leid, das kostet mich verzehren. Das fand ich eine sehr schwierige Sache. Ich glaube, du hast immer in die Hand als David immer in die Hand gehört, wie du bist. Wenn er eine Antwort ist, heute ist es falsch, dann hat er nicht ein Problem, zurückzukehren nach dem Hause Gottes. Dann geht er in die Hand und sagt, hier habe ich mich verscheuert. Hier habe ich gesündigt. Von der ersten Nacht wird es noch viel einfacher. Jesus ist über den Namen David, aber nicht, über den er am 30. vor uns. Er hat unsere Sünde betont. Wie viel einfacher wird es von der ersten Nacht. Wir müssen Jesus sagen, verzehren mich alle schlechte, die wir uns verzehren. Er sagt, die sind alle betont, die brauchen wir nicht noch betont. Die brauchen wir uns nicht noch lange durch die Schlechtfälle. Wir können bis einfach nach Jesus kommen und unsere Schuld und unsere Schuld auflösen. Natürlich, auch so ist König David, er muss auch die Konsequenzen von seiner Sünde durchdrehen. Er hat gesagt, wie er von der ersten Nacht und wir sagen, dass er auch Konsequenzen gibt, wir müssen auch durchdrehen. Er meint nicht, dass Jesus dir nicht verzeihen kann. Wir müssen erst drei in den Arm zu kommen. Einen Arm an Verzeihung zu führen. Drei im Hause des Herrn. Drei in diese Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Wir sagen dann, glaube ich, ich sehe ein Mitgliederverzeichnis von der ehemaligen Gemeinde. Ich komme zweimal das Jahr zu tun. Da wird dann halt herreden. Wenn ich dann irgendwann auf dem Himmel stehe, dann wird das halt herreden. Gott wird mich dann alle anladen, wenn es jetzt eine Gemeinde war. Das wird nicht herreden. Es ist die Gemeinde. Das ist Ihr Zuzaamenschluß. Das ist die Bewegung. Es ist eine Tour. Es ist eine Fan. Wenn wir eine Gottesdämpfe haben, es wird sich zur Phantom. Und dann wird es dass wir die Gemeinde sind. Es wird sich mit den Lebensmitteln das machen, die Gemeinschaft. Es wird mir im Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir uns immer über conscience mit Gott haben, dann wird die Gesellschaft mit Gott heben. es ist die Gemeinschaft mit Gott. Wenn sich dein Ola versammelt, dort ist die Gemeinde, was du am Leben hast. Nicht das Gebiet, nicht das ich heute. Wenn wir das heute nicht mehr haben und sich bitte in einem Mangel beim Versammeln, können wir nicht mehr sein. Deswegen, wenn das Gebiet nicht mehr haben, meine ich auch wieder nicht mit dich haben. Wenn es der Leben, der ist in uns, der wird Gemeinschaft mit Gott, mit anderen Gläubigen, was diese Gemeinschaft hat. Dort ist dort, was wichtig ist. Johannes 4, Vers 3 und 20 Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. So, nicht bloß. Wir haben das Recht, wie Gott wohne. Gott will in uns wohnen. Wenn wir in Tis wohnen, aus Aller, mit unserem Tenier, der Gemeinschaft, der Tenier wohne dort, der Aller wohne dort, dort heimgefallen. Diese Geborgenheit. Wir können in Gott kommen, Gott kommt in uns. Die Geborgenheit, das Heimgefühl. Dort will Gott haben, dass wir das alle haben. Wenn wir diese Gemeinschaft flehen, mit Gott, mit anderen Gläubigen, dann werden wir Christus ähnlicher. Wenn er eine längere Tis befriedigt ist, den Ehepartner, dann sagt man immer, man fang sich unterliegen, und wandt sich unter der Gruppe an. So, wenn wir eine Tis, acht Tieren, 30 oder 40 Jahre, und halb geliebt haben, dann fang eine Sache unter dem, was der Partner hat. Und der Partner fang sich Sachen unter an, was einer hat. So, wenn einer so viel mit ihm unter ist, einer redet so viel mit ihm unter, der andere fang vielleicht ein bisschen unterredet, was ich immer redet. Der andere fang ein bisschen unterdenken, was ich denke. Und um die drei Tage, eigentlich fang uns das Jana unterredet. In Jana, nur bei uns fang wir uns unterreden. So, wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott über eine lange Zeit haben, über eine längere Zeit haben, dann fang wir uns, so unterredet, was Gott redet. Gott wandt sich nicht unsere Gruppe an, wie soll er sich an, seine gute Sache anwandern. Wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott haben, wir können einmal mit einem Tipp sein, dann fangen wir an, dass er Jesus gehandelt hat. Wie wurde Jesus ähnlicher, wenn es diese eine Gemeinschaft hat, wie wir miteinander haben. Als die erste Christen, die die Christenverfolgung erlebt hat, dann wüsste der Verfolger nicht, wo nehmen diese Menschen ihre Kraft her? Sie verbrannten ihre Kugel, sie nehmen die Kriege, so wie wir es alle hängen haben, verbrannten dort, die beten vielleicht dort an. Das bedeutet nicht, der Menschen, der Held der Verfolgung ist. Der Held der Verfolgung ist. Der Held der Verfolgung ist. Sie sehen dann immer noch, Gott ist mein Herr, Gott ist mein Herr, Jesus ist mein Herr. Das können sie nicht halten, diese Verfolgung, diese Verfolgung. Sie wissen nicht, die Menschen, was sie verfolgen haben. Sie wissen nicht, wo nehmen diese Menschen ihre Kraft her? Es ist Lothar, viele Jahrhunderte Lothar, dann wurde sie an, diese Kraft, die die Menschen nehmen, die nehmen die Wut Gottes. Und das Leben der Wut Gottes nehmen, die Menschen dort, die Kraft. Und dann fangen sie an, die Beten zu verbranen. Die Klampen, die Klampen, die öffentliche Plätze, die Bibel, alles wird verbrannt. Sie wollen das Wut Gottes vernichten. Alle christliche Zeitschriften, alles wollen sie vernichten. Damit sie den Christen ihre Kraft verlieren sollen. Aber es ist wie heute, das Leben der Wut Gottes, das ist nicht nur diese Bibel. Das ist ein Wort. Wenn wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben, dann haben wir das Wut Gottes in uns. Dann haben wir Jesus in uns. Und das Leben der, das ist eine lebende Gemeinschaft. Das ist eine Kraft, die wir direkt von Jesus nehmen. Die brauchen wir nicht nur den Wut Gottes nehmen. Die wir direkt von Jesus schaffen. Und das kann uns die Kraft geben. Was immer schwierige Situationen wie der, das kann uns die Kraft geben. Theodor Roosevelt, der war ein amerikanischer Präsident. Aus der Safari, wie in Afrika, dann, zu dieser Zeit war ich noch mal im Schabhandrieb vor. Ich darf noch nicht diese Scherzen aus, dass ich in Deutschland auch einen Auszug merke. Zu dieser Zeit war ich noch mal im Schab. Ich war hier vor. Und, heute kam dann ab dem Hove, aus dem Hove kam, dann war dann ein reiter Teppich gerollt, wie in der geräte Kapelle, wo du spielst. Menschen jubelten am Tag, aus dem Schabtenabkommen, hier war ich eine berühmte Person heute. Während der Ewa fuhrt, nach Amerika, dann war hier immer das Zentrum vom Interesse. Alle Menschen, die interessierten sich an, die wollen mit ihnen reden, eine Rede der Ewa haben. Und auf dem selten Schab, da war ein Mann, ein Euler Mission Noah. Er hat sein Leben lang in Afrika missioniert. Hier hat er seine Früh verloren, seine Tänja verloren. Und aus dem Euler Mann, allein, kommen drei nach Amerika. Das ist seine Heimat. Als der Schab dann San Francisco erregt, dann kommt er an den Konten an, in Badach, die geräte Kapelle in uns, wo du spielst, der Präsident, der wird einen Ehrenempfang, und da sind viele offizielle Menschen, die in der Tür begrüßen, und so weiter. Die Menschen jubeln am Tag, als er Präsident ist. Das ist die Mission Noah, der ist auf dem Kontenbetz, in der Rampe, wo sie anrufen können. Die Mission Noah anrufen, die in China ist durch, die in der Tür begrüßen. Allein, er hat dann sein Hotelzimmer, er nimmt sich eine kleine Stube, und er hat ein Bad, und er schneidet sich an den Bett. Herr, ich möchte mich nicht beklären, aber ich habe mein Leben lang, ich habe für die Opfer. Und nicht allein, keiner interessiert sich, dass er in der Tür gekommen ist. Und ich verstehe das einfach nicht. Warum wurde mich nicht belehnt, wenn ich da bin. Und er hat sich das Gefühl, dass Gott da spricht, und Gott sagt ihm, mein Kind, du bist noch nicht zu Hause gekommen. Ich sage ihm. So, heute steht von einer, und der andere steht in seiner Heimat, hier bei ihr. woher wir noch nicht die Tür angekommen. Die Tür wird im Himmel sein, woher sie ein Lohn empfangen wird. Manchmal habe ich das gefallen. Gott, das weht auf, im Himmel, der hört uns nicht her. Ich glaube, David, in seiner Zeit, woher die Flucht geworfen ist, der wird am Ferse gegangen. Gott, das weht auf, der hört mich nicht her, als sie hier in so viel Schwierigkeit. Da komme ich nicht allein mehr klar. Und deswegen habe ich sehr viele Psalmen geschrieben. Der Herr, woher Gott abfällt, der sagt, ich will dich wie die sein, du sollst dich wie mir sein, ich will diese Gemeinschaft mit dir haben. So, das geht, dass wir alle Sünderchen in die Tür kommen, dass wir uns hier versammeln, dass es geht. Aber es ist lange nicht so wichtig, dass unsere persönliche, lebende Beziehung, die wir mit Gott haben. Und da wir diese lebende Beziehung, die wir mit Jesus haben, der Herr als Gott ist, da wir den nicht bis hier am Sünderchen in der Tür präsentieren, sondern da wir den Mitnehmen am Alltag lernen, was immer wir für Probleme haben, was immer für Schwierigkeiten haben, da wir diese Sache, die lebende Beziehung, dass wir die keine Mitnehmen am Alltag lernen und anwarnen, dass andere Menschen so nicht können, deshalb haben sie etwas an sich, deshalb haben sie eine Gemeinschaft, eine lebende Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn wir eines sagen, dann würde er nicht mehr hier bei ihnen wohnen, dann würde Gott sagen, welcome to us. Wenn wir diese lebende Gemeinschaft hier bei ihnen fliegen, wieder anstorfen werden, dann würde Gott sagen, welcome to us. Johannes 4, Vers 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. So, Jesus ist im Himmel die Feuer, und heuer für ihn, für sie ein Kind, eine Wohnung gerade mehr, die man wohnen. Und diese Wohnung, du sollst wie uns die Bar gefällt, und diese Wohnung, du sollst wie kein Leid, keine Träumeier haben. All diese Sachen, dass wir uns aufschweren von Gott, und wie hier bei ihnen, da wollen wir nicht mehr schweren. Und dort ist das Ziel, wo wir alle an den Herrn wollen, dass wir hier auf dieser Erde auch so lewe werden, diese Gemeinschaft hier auf dieser Erde auch so lewe werden, mit Jesus, dass wir nur hier, mit Arm, die eine Gemeinschaft im Himmel können. haben. Welche Tipp werden. Herr, ich danke dir, für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir, dass wir hier, als Verzamler, als Glaube, dass wir, das vaste Vertrauen haben, Wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir mit diesem Tag wohnen, dass wir dort da werden, und dass du dort hier in was, und dass wir das vaste Vertrauen haben, dass du in uns Wohnung nimmst, wenn wir die dort am Frühjahr. Möchte uns das immer, da war der Kerl, wenn wir das vertrauen. Und dann geht es immer wieder in schweren Situationen, wo wir alleine sind. Dass wir die Gegend, die Sperre hier, und das wir auch nicht, wenn wir uns nicht einmal in die Gebiete versorgen, damit es einmal kaum alle sind, und da sind auch alle weggekommen. Dann geht es trotzdem, die Barriere von Leuten. Dann geht es trotzdem, die Gemeinschaft bleibt. Und was auch von der Farm da kommen. Und dass seine Christen, die deine Gemeinschaft in sich hat, die deine Kraft in sich hat, dass dein Typ kommt, die eine Gemeinde, die eine lebende Gemeinde, nicht nur in einem Gebiet, wo ich versammelt bin, sondern eine lebende Gemeinde, die für dich arbeitet. Ich habe das gesagt. Und du möchtest, wie das Leben, die jemanden, wo sie können. Du möchtest so vieles mögliche Menschen können, nur hier auch, mit diesem Typ, die eine Gemeinschaft im Himmel haben. Amen. Als nächstes hier ein Leute von der Gruppe mit dem Titel Leuchtturm. Wenn ich zweifle und kämpfe mit mir, wenn ich falle, bleibst du doch hier. Deine Liebe trägt mich durch. Du bist mein Alt in der Raum. 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 Sei mein Licht. Sei mein Licht. Sei mein Licht. Du schaltst wie ein Leuchter. Und ich schau auf den Po. Sei mein Licht. Sei mein Licht. Du darfst das Versprechen. Siehst du mich bis ans Land. 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 Du darfst die Zahnkampen. Ich geh vorwärts und mein Herz dik. Frau Fisch werdet sich durch. Du bist mein Alt in der Raum. Du bist mein Alt in der Raum. Sei mein Licht. Sei mein Licht. Du schalt wie ein Leuchter. Und ich schau auf den Po. Sei mein Licht. Sei mein Licht, du darfst das Verbrechen, sicher bringst du mich bis ans Landruf, bis ans Landruf, bis ans Landruf, bis ans Landruf. Das ist euer Firmen Langschön, präger Patrick Freuds für die sehr klare und niedliche Ausführung. Wir sind, als wir in der Klasse waren, sagen wir uns, Roberto, wenn wir nicht eine Tochter haben, dann werden wir noch mal in der Konzent. Ich will nicht sagen, dass wir nicht an uns gut glauben, sondern schlecht glauben zu sein. Wir haben viele Sachen für mich, an uns gut verbunden. Aber doch, Gott braucht Menschen und Gott braucht auch die. Wenn wir bei Gott zu sein, die Predigt mitnehmen, die Veränderlichen, dass wir das immer präsent haben, würde ich jedem mitmachen. Und der Gruppe von Joel, sehr vielen Dank für die Leute, für die Anleitung. Und in jedem, der hier bei dir drauf hat, mit dem Gottesdienst, sehr vielen Dank. Und ich möchte mich sehr freuen, dass wir heute ein Sehensgebet sprechen können. Und nun sage ich Ola und Lotte, und wir wünschen dich auch einen sehenden Sendag. Wir wünschen euch den schönen Sendag wieder. Wir wünschen euch den schönen Sendag. Wir wünschen euch den schönen Tag. Wir wünschen euch den tournament und spüren uns. Wir wünschen euch den nächsten Gedanken. Wir wünschen euch den unseren bitteren Konzent. Wir wünschen euch den